Ist Taqfir Hukum Shari'i oder Asl al-Din? Taqfir ist kein Asl al-Din. Das stimmt nicht. Und diese Sache, dass man sagt, Taqfir ist Asl al-Din, das stimmt gar nicht. Das heißt, wenn man sagt, Taqfir ist Asl al-Din, das heißt, wenn jemand nicht die Fähigkeit hat, um Leute vom Islam auszuschließen, dann hat man die Grundlage des Islam nicht. Kufr al-Tagut ist was, und Taqfir ist was anderes. Aber, Leite Sha'ri, wer versteht? Ja, Galla, Sb.T.A.W.T.A.W.T.